hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play von minecraft beyond also ich habe ja schon was vorbereitet gerade und es musste leider in diese ecke auch wenn hier keine wüste ist hier wird noch wüste entstehen eventuell sogar dieser ganze berg das werde ich mir noch überlegen ich möchte hier so ein kleines monument bauen deshalb habe ich hier auch schon ein paar fackeln platziert die sagen mir wo ich was hinbauen soll außerdem habe ich was geiles entdeckt wenn du so ein barrel in inventar hast und du den bilders wand benutzt dann zieht er direkt aus dem barrel die items aus ist eigentlich sehr praktisch so wir nehmen mal wieder diese steine hier lassen wir mal da brauchen wir nämlich noch ein bisschen und wir haben wieder so viel zeug im inventar was ich gar nicht haben will ob das wollte ich nicht ich wollte den magneten ausmachen das brauchen wir nicht kanola sieht es brauchen auch nicht das auch nicht von mir behalten mal kanola behalten muss bei drei weg so hallo gut danke so gut dann schütteln wir mal noch ein bisschen es wird ja natürlich im ägyptischen stil sein das habe ich letzt auf google gesehen dieses gebäude und deshalb dachte ich das könnte ich doch mal bauen so ich habe hier nämlich auch plan liegen wie ich das ganze ding bauen möchte damit es halbwegs auch so aussieht wie in echt so spitzhacke haben wir da also zumindest annähernd so in wen echt ich meine nimm hat ja hier einiges vorgelegt deshalb muss ich da ein bisschen was nachziehen hier unten drunter wird übrigens dann später aber ich denke das mache ich auf screen eine insel entstehen also dieses gebäude wird auf einer insel stehen so jetzt wird es interessant und dann so und so es ist annähernd so wie in echt genau so werde ich es hier nicht hinkriegen aber ich hoffe ihr lasst mir meine künstlerische freiheit und es sieht am ende trotzdem gut aus hoffe ich natürlich so außerdem habe ich ja ich glaube ich verändere noch was so hier auch noch ja und dann aber hier dann sieht das alles ein bisschen schlanker aus jo das passt sieht von oben schon interessant aus jetzt brauchen wir dann bilders wand jetzt nur die ganze schose hier mal hochziehen ich würde mal sagen 2345 45 45 45 geht wesentlich schneller nein bilders wand kaputt ich habe eigentlich gedacht das reicht aber irgendwie doch nicht dann nehmen wir mal gleich zwei noch mit einstig haben wir gleich zwei bilders wende wende brauchen wir sowieso so außerdem ja wollte ich euch nicht vorenthalten mega torch habe ich da unten drunter gepackt ja das hier im umkreis auch mal nichts spawnt so das passt jetzt erstmal und dann hätte ich gerne ein anderes ding star jetzt muss ich nur wieder gucken welche welches da gut aussieht ich glaube ich nehme mal den hier guck mal wie das ist ja das passt eigentlich ich habe gerade noch irgendwas glowstone habe ich gerade gedacht weil wir müssen das ganze ding hier natürlich auch irgendwie relativ natürlich licht reinbringen guck mal hier fehlt noch einer und dieses teil hier soll natürlich auch einen zweck erhalten so wie es bei mir immer ist ohne zweck baue ich ja eigentlich gar nicht hier soll später der teleporter rein ich habe keine ahnung wo ich den glowstone eigentlich wirklich hin habe hier nicht dann ist die frage wo ist er denn hier auch nicht ich hatte doch noch so viel wo habe ich denn noch gebaut eigentlich nirgends habe ich das alles hier rein ja da ist zumindest einiges davon ja mal den ich glaube der passt hier da rein nein nein close down oh hier habe ich einen vergessen war ich am anfang zu schnell bis ich dann entschieden habe oh da machen wir auch noch was rein habe ich auch vergessen was ist denn da los nein so jetzt können wir nämlich fast hier schon die fackeln wieder weg machen die waren ja am anfang eigentlich wirklich bloß für mich da um dass ich den weg richtig hinkrieg also dass die idee punkte richtig findet so gut dann gehen wir weiter wir müssen noch höher immer höher immer höher ja bald ist weihnachten habt ihr eigentlich schon alle geschenke wir haben entschieden dass wir uns nichts schenken so eigentlich man weiß ja nie oh keine mehr da man weiß ja nie ob man doch noch irgendwas findet eigentlich warten wir seit über zwei wochen auf unseren waschtrockner das ist ätzend weil der lieferdienst kommt immer dann wenn wir nicht zu hause sind ich hätte es wahrscheinlich doch in die arbeit bestellen sollen aber das ist halt auch ein bisschen doof 2345 2345 wieder nichts mehr da so ach da haben wir auch noch nimmt den doch auch noch mit 25 ja das habe ich mir gedacht sah nämlich schon so aus als würde da einer fehlen gut dann kommt jetzt wieder der andere stein zum einsatz aber wir könnten auch mal den hier nehmen den fand ich im im tempel eigentlich auch nicht so schlecht aber erst können wir mal nachher so bisschen licht machen so und dann müssen wir nämlich gleich eine bauliche veränderung hier vornehmen ja dann ändert sich die struktur ein bisschen dann geht relativ schnell eigentlich ich habe mir ich habe mir wirklich so fünf minuten vor aufnahme ja für fünf minuten vor aufnahme habe ich mir da kurz was auf dem zettel gekritzelt so ein block raster um das richtig zu bauen dann 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 ganz dann og dann dann und zwar mit dem equip das hier hätten war ich glaube das kann ich wirklich benutzen springen lauf renn fliegt so wir haben das und dann haben wir hier eigentlich die dazugehörigen ecken so wir gucken jetzt mal ach so nee so passt das nicht ich mache dir alles hallo hey das will nicht so wie ich will es soll genau andersrum sein man das will nicht jetzt da da finde ich sogar da finde ich sogar gut da finde ich sogar fast perfekt aber hier passt es nicht so ganz so gib mir mal kurz diesen diesen dinger da den hier so und so gut dann brauche ich von denen kommen wir doch so ungerade zahlen raus jawohl gut dann machen wir einfach mal kurz die vier hier fertig wir werden es wahrscheinlich heute wieder nicht schaffen uns an die folgenlänge zu halten so das ist 1 2 3 4 ne das war auch ein bisschen unklug ne hallo doch mal bitte was zu wie ich das will das will nicht jetzt also Minecraft ist natürlich immer noch kein Spiel in dem es gerade Formen gibt deshalb sieht es halt so aus wie es aussieht wir haben schon wieder nicht mehr das was wir brauchen aber ich glaube das Endprodukt zählt und solange das okay aussieht bin ich damit zufrieden nein nicht so jetzt sind wir fast am Ende und ich mache nochmal blöde Fehler oh yeah brauchen wir natürlich noch viel mehr aber so viel auch wieder nicht ja ich möchte wieder wieder die Hälfte Überschuss haben nein so und so das hat was das hat was also weiter hier wie ging das nochmal so ähm warte mal wir machen das jetzt anders wie ich mache jetzt hier einen kurzen Cut ich baue die da oben soweit fertig dass es so aussieht wie da und dann sehen wir uns wieder bis gleich so willkommen zurück ich habe es fertig gemacht ich habe die Dächer sozusagen von diesem Gebilde fertig sieht finde ich recht nice aus ja fehlt noch ein bisschen was ja da kommt innen noch was rein ähm und ja also es fehlt noch ein bisschen was ja nicht zu zu böse sein im Moment aber das ist schon ein kleines Monument natürlich kommt der Boden auch noch dran und alles aber ich finde es so jetzt schon mal recht recht cool dazu kommen wir aber dann in der nächsten Folge ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da ciao 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 ciao